Was? Wie bitte was? Ja, was ist mein Kanal? Aha, hallo! Hallo! Müsst du ein bisschen von oben machen, damit ich deine auszähle. Dann musst du noch mal kurz halten, damit ich meine Kamera wegpacke. Ja. Oder so. Ja, wir sind hier bei Unge. Unge bringt mich schon wieder zum Heulen. Schwer Unge einzufangen, da ist er. Unge! Unge will nicht. Unge will nicht, weil ich fett bin. Es kann nur daran liegen, dass ich fett bin. Ich mag dich einfach nicht. Toller Mensch. Und danke, dass du auf der Welt bist. Und ich habe gerade gemerkt, es sind ganz viele andere YouTuber. Unter anderem wir beide. Ich bin ja wohl nicht klein mit meinen 1,80. Nein, Abonnenten. Ja, hallo! Ja, eine Million. Achso, na dann. Kennst du mich einfach nicht? Ja, nee, sorry. Wir müssen direkt mal gucken. Ja, ist mega cool. Hier sind alle voll cool drauf und so. Macht Spaß. Guckt euch mal diese lange Schlange bei Unge an. als beim Jobcenter. Ja. Hört auf meinen Kanal. Wer kostet vor. Ja. Also machen hier sie Eigenwerbung für ihre eigenen Kanäle. Ich glaub's ja. Ja, normal. Rapmusik steht, ist bei mir richtig. Mäß! 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 Was machst du als veganes Würstchen oder als Darth Vader? Als Darth Vader. Geht das Darth Vader. Die масke hab ich ihm mitgebracht. Manchmal ist wieder so spendabel. Hier ist immer noch ein Aufleber drauf. Und die ist ziemlich dreckig. Man zooma grad an sein Nasenloch. Super! Ich mag dein Kick Hall. Ach, du kennst mich? Ja wenn ich... Hallo, lira. Musst du doch in meinen... Musst du doch zusammen? oh die hat meinen Kick Hall geguckt. Ja Mensch! Hallo! Hallo! Hier an der Kamera bist du dran. Möchtest du irgendwas sagen für Unge? Also Unge ist der Beste. Nach mir natürlich. Und sie will auch nicht sagen. Was? Er ist einfach toll. Er ist einfach toll. Du musst ihn einfach gucken. Er hat noch etwas in seinem Leben nicht erlebt. Wie fühlst du dich? War gut. Sehr überzeugend. Ja hallo, wir sind hier bei Dagi... Ne, wir sind hier bei Unge. Er hat hier auch keine 12 Euro abgenommen. Aber ich habe ihn noch nicht verarmt. Und du bist hauptsächlich wegen wem bist du hier? Wegen Jona und Stefan. Wegen mir. Wie bitte was? Ach so. Das ist mein Kameramann. Du willst doch es eben. Oh, abonniert Vlogger. Warte, warte, warte. Ich habe dich bis jetzt immer Jona genannt. Warum hast du nie was gesagt? Er war alle Jona. Er war wie? Echt? Ich weiß eigentlich Jona. Das klingt so amerikanisch. Ich muss da kurz rein. Ein Video drin! Tschüss! Tschüss Simon! Tschüss Simon! Tschüss Simon! Tschüss Simon! Tschüss! Tschüss Simon! Tschüss Simon! Tschüss Simon! Tschüss Simon! Tschüss Simon! Tja Sitzel!